Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's der Gordon, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Team Deathmatch im Spiel Modern Warfare 2. Wir sind auf dem Terminal und ja, gerade eben hat der Lukas geschrieben. Wie war's los? Oh, okay, Zeitüberschreitung bei Serververbindung, gut, kein Problem, jetzt spielen wir also Team Deathmatch auf der Rail. Das sollte uns dann auch nicht gerade großartig stören. Ähm, äh, hast mich was in WhatsApp gefragt, vor einer halben Stunde? Ach, Quatsch, der Zogger XD ist ja der Justin. Ähm, Moment, ich komme gerade nicht ins Interface rein von Steam, also warten wir kurz den Ladevorgang ab, der anscheinend durchaus sehr lange dauert, dass ich eigentlich nicht gut heißen kann. So, ja, jetzt aber, ähm, nee, nee. Fast bin in der Aufnahme. So, wir nehmen die Runner-Klasse und jetzt rocken wir erstmal wieder, aber gleich muss ich erstmal nochmal den Sound anfassen, der ist echt zu laut, sorry Leute dafür. Ähm, da werde ich... Danke, Justin, äh, Justin sag ich schon, ähm, 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 doch, Justin. So, erstmal Aufklärungsrunde, ah, scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so schlau, die Aufklärungsrunde zu aktivieren, während wir... So, haben wir die schon mal. Zack, weg die Sau. Oh, ich liebe G-18 einfach nur. Wenig Munition, das ist nicht gut. Wechseln wir. Warten kurz hier. Weil... Oh, das wird's aber schlecht. Gut. Wir sind in Führung, Predator Missile... Predator Missile gestartet. Erstmal die scheiß Camper hier wegrotzen. Dann holen wir uns die Vorräte. Warten hier so lange. Und dann... Wir haben die Führung verloren. Äh, danke. So, das K fehlte noch. So, was haben wir, was haben wir? Wir haben... AC-130 ganz schief gesichtet. Ja, aber immer gerne. AC-130, wir kommen. Zack. Weck die Sau. Weck die Sau. So. Upsala. So sieht's nämlich aus. Thermalsicht. Sag mir mal, wo ein paar Gegner sind. Zack. Hier oben. So, das war unser AC-130. Ich hab uns ein paar Kill beschert. Und wir haben... eine Host-Migration. Ach, schade. Ich war grad so im Flow. Überbrückungsmusik. Zwo, drei, vier. Da geht's weiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Aktuell zwölf zu eins. Das sieht aus, als welchen Hacker. Bin ich aber nicht. Ähm... Blendgranate. Zack. Die 18. Power. So, da ist ein Vermittler von mir gestorben. Da ist einer gewesen. Oh, da sind eine ganze Menge. Da sind eine ganze Menge. Schade. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sitzen. Ah, jetzt bin ich aber interessant gespawnt. Okay, da hab ich ein Gesamt-Text. Zack. Flashen. Okay. Jetzt stürmen wir das Ding. Links von mir ist ein Geschütz. Das brauchen wir aber nicht. Hier sind ein paar drin, das weiß ich. Oh, das ist eine Claymore. Okay, die ist hochgegangen. Wir versuchen, uns nicht mal von hinten zu krallen. Aufklärungsdrohne. Fuck, von links, von links, von links. Ah, scheiße, hab ich Waffe gewechselt. Ich wusste nicht, dass sie so nah dran sind. Es tut mir leid, Leute. 17.3, das geht besser. Gut, da hat ein Kollege eine Aufklärungsdrohne gestartet. Ah, scheiße, ich dachte, er wäre eine Leiche. Ja, da ballert unser Geschütz ganz schön gut rum. Gesamt-Text. So, da oben sind zwei drin. Laut. Aufklärungsdrohne. Aufklärungsdrohne online. Ist hier keiner mehr drin, okay. Aber da vorne krebt das andere rum. Ich bekomme mich aber nicht mit meiner... UMP. Okay, da vorne hat einer... Moment, Moment, Moment. 3, 2, 1, jetzt. Scheiße. Wo ist er? Okay, der ist tot. Oh, das sind zu viele, das sind definitiv zu viele. Das sind definitiv zu viele. Okay, da oben ist einer drauf. Den kriege ich aber nicht mit der UMP. Zu weit. Schade. So, jetzt hoffen wir nochmal, dass wir hier in den Vorräten was Gutes drin haben. Die Deffen war kurz. Ach, ja. Aber mit der UMP habe ich halt nicht so die Reichweite, Leute. Deswegen... Ähm... Lasse ich mich auf manche Kämpfe gar nicht ein. So, schade. Munition brauchen wir natürlich nicht unbedingt. 1,25. Das ist unsere verbündete Cobra. Alter, das war ein guter Sniper. Da liegt nochmal eine Leiche. Okay, damit haben wir gewonnen. Schade. Der Typ hat mich in der letzten Sekunde noch bekommen. 1,20 zu 6. Gute Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, das war der letzte Kill, der ihn quasi... ...mich überholen lassen hat. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss.